Ich geh erstmal hier rum. Ja, könnt ihr euch gut vorstellen, das erste Mal, wie neulich das war, wenn man die ganze Zeit nur so zielt und er dann endlich nicht rumgeht halt. Ja, wenn man es nicht weiß mit dem Outdoor-Ebening. Ich hab mich zwar immer gewundert, warum der zwei Pistolen in der Hand hat. Also in jeder Hand jeweils eine Pistole hat. Und man nicht mit beiden schießen kann. Aber ja, dann hab ich ja irgendwann rausgefunden nach dem zweiten oder dritten Mal durchspielen erst. Mach bloß keinen Scheiß. Ey, die soll ich jetzt aber ja nicht erschießen lassen hier bitte. Ja, wirklich, wenn man dann wegen so einem Kack dann hier verliert, nur weil dann irgendwelche Begleiter sterben. Ich mein, grad so damals, wo das so oft war, so mit den Begleitern, das war manchmal nervig. Gerade weil die auch nicht grad so intelligent waren. Wir sehen uns, wenn das hier vorbei ist. Ganz komisch gelogen sind. Ja, wir müssen runter. Ich schau mich aber trotzdem erstmal hier runter. Werde ich brauchen. Keine Ahnung, was mich erwartet. Bis später, hoffe ich. Ich kann mich gar nicht mal dran besinnen, dass das alles so komplex war hier. Ich dachte, man kommt bloß direkt runter. Ich schau mal hier hoch. Oder müssen wir auch erst hoch? Ich weiß es nicht gar. Ich glaube, wir müssen aber dann sowieso runter. Ich kann mich wirklich nicht mal dran besinnen, dass das, dass man jetzt so viel hier begehen konnte bei dem Schiff. So. Ach, dass man selbst hier oben übelst die Motorengeräusche hört hier. So, okay. Ne, wir gehen mal runter, weil da müssen wir sowieso hin. Ja, ich habe nämlich vorhin gerade noch ein Nettekier aufgenommen. Die letzten beiden Parts. Du wüsste das ungefähr sein. Ja, eine halbe Stunde hat ich, glaube ich, aufgenommen. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Ja. Und, äh, mal schauen. Vielleicht kriege ich die beiden Parts heute noch hochgeladen. Äh. Ja, und da ist es dann auch vom Tisch. Ich sage Spaß. Weil, obwohl die auch 20 Minuten ungefähr sind die Parts jeweils, äh, sind die trotzdem aufgrund ihrer Bildqualität, also was heißt Bildqualität, äh. Da bist du ja. Aufgrund, dass die nicht so umfangreich sind, die Bilder, also die Videos, äh, vom Bildjahr, sind die auch kleiner und ich habe die auch auf 20 Films statt 30 Films gerendert. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das mit dir? Da man das sowieso dann keinen Unterschied sieht, äh. Na, guck mal. Na, guck mal. Boah. Ich halte das nicht mehr lange noch. Ja, man sieht dann sowieso keinen Unterschied, äh, da sich nicht so viel treten fühlt. Ja, wahrscheinlich wird es der Dampf aus dem Urhals, der uns gerade so einen Schaden gebracht hat. Wo ist Charlie? Ich habe ihn nicht gesehen. Aber es geht ihm gut. Ich habe zu tun. Nichts mehr drin. Fuck, die Sachen zielen doch mal. Hä? Oh, komm, komm. Hey, wir müssen ins Bus ruhen. Das ist gerade auch ziemlich dunkel hier. Ich meine, ich sehe noch was, aber es ist trotzdem relativ gut. Ja, wir brauchen Munition. Ich muss mal zurückgehen. Ich hätte gerne erst mal eine Pistole eingesammelt. Legt hier noch eine. Schönes Ding. So, jetzt kannst du das Maschinenwehr auch so sammeln. Beziehungsweise die Akram. Ja, das ist nämlich das Ding, wenn der gerade eine Langwaffe in der Hand hat, sammelt der automatisch keine Pistolen mehr auf. Deswegen habe ich die noch mal weggeschmissen. Die will ich auch noch mal zuschließen, die Fässer. Ich glaube, das... Ach nein, das sind auch Fässer von daher. Gibt es hier noch was? Ach nein. Gibt es hier noch was? Gibt es hier noch was? Ja. Ja. Okay. Ah, hier ist es relativ dumm. Ja, das kann nur sein, dass ihr wahrscheinlich so ein Schieb oder so mit dem Ton habt. Das liegt halt... Also das ist halt gerade, wenn ich das über die Dings mache halt. Oh ja! Ab sicht wo aus. Nichts. Ich hätte gerne mal eine Pistole. Pistole sagt ich. Ja gut, dann nimm halt die Waffe mit. Ich glaub hier war... Hab ich den erwischt? Ich will nicht mit in Luft fliegen. Okay, der war doch nicht tot. Das war gut. Aber da ist einer. Oh, oh, oh. Ich muss mich erst mal wieder regenerieren. Ah, dort kauert einer. Seht ihr das? Das ist doch ein Typ, ja? Oh, oh. Oh, oh. Zielt doch mal. Boah. Wir müssen uns noch mal regenerieren hier. Ja, ne, ich hab Zielen gedrückt. Ich dachte, der dreht sich automatisch. Aber kann nur sein, dass da gerade der Gegner dann schon bereits weg war. Oder um der Ecke war oder so. Pech gehabt, ne? Oh, komm, Schuss. So. Da ist doch einer. Ja. Habt ihr's gehört? Ich weiß nur nicht, ob das jetzt hier, äh... Ob das jetzt hier volltreffer war. Hat er eine Pistole? Weil ich will gerne, dass er noch... Aha, ja, dann nimmst du halt das. Aber ich würde nämlich gerne, dass er noch eine zweite Pistole aufsammelt. Da zielt irgendwo hin, weil ich... Ich hab hier gerade ein Auto eben... Absolut. Da zielt auf irgendwo was. Was ist denn hier? Ich seh ja kaum was. Kommt her, ihr Wichser! Okay, wir scheinen den getroffen zu haben. Das ist wirklich arschdunkel. Ja, ich glaube, über meinen Komponentenkamen wäre das nicht ganz so dunkel. Ach, schau, hier geht's jetzt rein. Ja, hier hinten ist so dunkel. Ich weiß nicht, wie's dann später in der Aufnahme ist. Ey, Quatsch, hier im... 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 Na, das sagt schon hier im... ... im fertigen Video, aber hier ist es richtig dunkel. Ja, ich will erstmal hier raus und alles... ...sichern, sag ich mal so, bevor ich jetzt hier in einen da... ...lage, in der Lager... ... in den Racko reingehe. Beziehungsweise Frachträumer. Ich kann mich auch daran besiegen, dass... ... dass es nicht gerade ganz einfach war. ... ... ... ... ... So, da gehen wir mal in den Frachtraum. ... ... ... äh, würdest du dich nicht ausruhen, Hammond? HÜH! F***! 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 Das hab ich ja gar nicht vergessen! Scheiße, wir müssen in Bewegung bleiben! Die tun nämlich die Kisten immer... Die müssen nämlich, ja... Die tun nämlich die Kisten immer fallen lassen und genau auf uns drauf, das hab ich auch gar nicht vergessen! Sie hat das Singen aufgegeben, fern und wichser wie dich! Von wem redest du, Harry? Susi? Hier! Ich weiß nicht, ob das so verfolgt ist, äh, mit den Autohrimmeln zu schießen. Ja, ich glaube, das bringt nicht. Das ist, glaube ich, ein Boss. Also, was heißt Boss? Das ist ne, ne, ne... ...ne Schlüsselfigur, sag ich mal so. Die können wir, glaube ich, jetzt nicht einfach so töten. Kommt her, ihr Wichser! Wir müssen mal kurz heilen, beziehungsweise ausruhen. Wir müssen jetzt, glaube ich, rüber. Ja, das bringt uns nicht. Ne, doch nicht. Müssen wir hier wieder runter? Nein, ne? Aber ist trotzdem Auto-Aiming da. Verdammte Scheiße! Ich weiß nämlich nicht mehr, wie wir, äh... ...wie's weiter geht's. Müssen wir, glaube ich, hier drüben weiter oder was? Der ist noch nicht stolz. Ich will jetzt auch nicht meine ganze Munition hier verballern. Okay, okay, jetzt wird runter. Nein! Hallo! Boah! Du sollst bitte da reingehen, meine Güte! Oh, hallo, Hammond! Mensch, was machst denn du von der Kacke? Oh, ich blick gerade gar nicht durch, weil die Kamera gerade... Hä? Puh! Was geht denn hier ab? Wir haben nur das geschafft! Du spielst nicht fair! Versuch's mal mit mir! Okay, dann müssen wir runter wahrscheinlich oder die Runde so rum. Na, wie geht's dir jetzt? Ich wüsste gar nicht, dass die London schon so Anti-Schwerkraftstechnik hatten. Nimmst hier ein Mann! Wir müssen 100 Pro-Johen nur wieder mal lang. Umsonst werden die nicht noch mal hier gesporen. Scheiße, wir brauchen eine Waffe. Hat er eine Pistole? Schön. So, noch mal ausgucken. Möchtest du nicht? Ich weiß nicht, ich setze hier vorne vielleicht, äh, irgendeine Tür auf oder... Okay. Ja, wir dürfen am besten hier gar nicht aus dem Schiff stehen bleiben. Na, wie geht's dir jetzt? Mach hin, mach hin, mach hin! Nein! Was ist denn das hier? Ja, wir dürfen jetzt wahrscheinlich dieses ganze Kacklevel nochmal neu machen. Beziehungsweise... Oh, dieses ganze Schiff darf man neu machen. Mann! Es ist alles vorbei, Marc. Ja, ja, ja. Oh, das nervt mich jetzt, dass ich diese Scheiße nochmal neu machen muss. Ja, die Scheiße. Sind alle da? Als ich euch schon mal vorher sagte, ich hab da nichts gegen herausgetrunken. Aber wenn man es dann und welchen Kack dann wiederholen muss, ey, das ist so nölig. Oh! Wo ziehst du denn du hin? Immer da, dann einmal da. So. Vorne sattest du ja hintergezielt, aber du wolltest ihn nicht mehr. Hätt ich gehabt, oder? So, jetzt rust er sich nochmal kurz aus. Na gut, da willst du halt nicht und dann machen wir weiter. Oh! Ja, ne, ich wär dann auch, äh, etwas ungeduldig, wenn ich diesen Kack dann immer von vorne machen muss. Was? Weil ich das dann einfach so schnell wie möglich wieder hinter mir, also hinter mich springen würde halt. Oh, da hab ich den nicht immer dann getroffen worden. So. Ne, komm raus hier. Ne, Gott hier. So, nochmal kurz ausruhen. So. Ne, aber unten was hätte ich denn tun sollen? Äh, äh... Ich hole mich rein. Ich bin ein bisschen gerdet und hätte, grisch gezielt und so Unter die Deckung. Da hätte mich diese scheiß Dingeplatte gemacht. Scheißegal. Ich will einfach nur Alex wiederhaben. Ich geh da jetzt rein. Ja, du bist schon von Abbott. Ja, da bin ich. So. Ja, die Parts... Mensch, geht doch mal jetzt so durch. Die Parts werde ich auch so in 20 Minuten treten. Diese Gelegenheit hat sich mir nicht entgegen. Ah, wie? Na? Ja, du wärst zu machen. Also. Wo kommst du denn du her? Oh, ich dachte, der tut mich jetzt so okay. Ja. Nee, ich dachte, ich darfst du für einen kurzen Augenblick, dass der zu schlägt. Derweil habe ich zugeschlagen. Pech gehabt, oder? So, bitte weiter ausruhen. Das ist für dich. Und noch mal kurz ausruhen. Aber wir müssen wirklich erstmal durchstellen, dass den... ...einschlafenraum... ...einschlafenraum... ...damit der Antritt öffnet wird. Ja, das ist ein Fass. Das wollte ich eigentlich auch zum... ...zum... ...exploitieren bringen. Hier hinten ist mir jetzt egal. Ach, bloß keinen Scheiß. So, nochmal kurz ausruhen. Headshoots. Headshoots. Das hier doch schon wieder auf jeden Fall. Ich will auch nochmal kurz... ...ausruhen, ja. Vielen Dank.